Kommando Wagen. Was ist das? Unsere neue Flugroute für morgen. In der nördlichen Hemisphäre hat sich ein seltsamer Nebel gebildet. Keiner weiß, was das ist. Ground Control gibt Starterlaubnis. Seid ihr bereit? Sind wir. Rubicon, ein bester zwei. Rubicon! Jensen, was ist los? Fettel, Fettel, Kappel, heiße jemand mehr auf! Wir werden verglüht! Commander Wagner on Ground? Kann mich jemand hören? Falls noch irgendjemand daraus ist, bitte antworten. Sie sind alle tot. Dieser Nebel ist giftig. Wie lange können wir hier oben bleiben? Gehen Sie! Ruben alt werden? Nie die Erde sehen? Was für ein Leben ist das? Immerhin ein Leben. Was ist, wenn das die letzten Menschen auf der Erde sind? Das ist größer als wir. Es ist kein Schande, wenn du dich um dich selbst kümmerst, Hanna. Das ist ein Schande. Untertitelung des ZDF, 2020